Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Rune Factory 4. Und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mir sehr weiterhelfen. Wir gehen eben kurz die bösen Gegner, Bossgegner hier im schwebenden Ding hier besiegen. Das schwebende Ding, das schwebende Reich. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen Platin finden. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Im letzten Part haben wir echt ein schönes Event erlebt, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht, das Stich statt jagen und so und die Geschichte zu erleben da. Das war schon lustig gemacht. Mal gucken, wie viele Charakter-Events wir jetzt noch haben werden in der nächsten Zeit. Weil wir jetzt wieder ein bisschen mehr mit den Leuten quatschen werden. Ich mache zwar kein 100% Let's Play, aber ein bisschen sich mit den Leuten anfreunden, kann man ja schon mal machen. Und vor allem, wenn die noch Texte haben von Akt 1. Wenn die noch Texte von Akt 1 haben, ist es vielleicht mal an der Zeit, dann ein bisschen was nachzuholen mit den Leuten. Wenn wir schon in Akt 3 gehen wollen. Ah, das ist gut. Das nehme ich gerne mit. So, dann gehen wir aber zu den anderen beiden Bossen. Ihr kennt den Drill. Wir sammeln jetzt einfach gute Zutaten. Das ist das, warum wir das machen. Wir sammeln gute Zutaten, wie Platin und die Drops der Monster. Ich glaube aber, dass die anderen Bosse links und rechts gar nicht so viele gute Sachen droppen. Verbesserungsmaterial droppen hier diese komischen Helikopter-Typen. Die droppen gutes Verbesserungsmaterial, was ich auf jeden Fall erfahren sollte zunächst. Ah, die Bosse droppen gar nicht so viele gute Sachen. Außer der Boss unten, der schwerste von den dreien. Der droppt gute Sachen. Mal gucken, was der jetzt droppt. Vielleicht droppen die auch irgendwann richtig gute Sachen. Naja, das Problem war mit der Kommunikation, dass ich einfach andere Dinge zu tun hatte. Ich hatte so viel zu tun, auch storymäßig und so, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin, jeden Tag noch mit den Leuten zu quatschen. Aber das ändert sich ja jetzt. Jetzt habe ich ja gerade nichts zu tun, außer das Feld und die Monzi hier zu bearbeiten. Ja, glaube ich, alle Zeit der Welt für die schönen, netten Stadt-Sech-Dorf-Gewohner. Ja, der droppt immer das Gleiche. Der droppt immer eine Golem-Tafel. Wobei eine Golem-Tafel jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht ist, wenn ich ehrlich bin. Moment, falsche Taste. Golem-Tafel. Davon habe ich bestimmt schon wieder... Abwehr plus 30. Nee, das ist echt nicht schlimm. Das ist schon gut. Das kann man machen. Sie ist mit Meth beschriftet und dient als Kraftquelle. Herrlich. Gute alte Meth. Ja, wir müssen auf jeden Fall sowieso in einem Marsch... Oh, bevor ich jetzt... Die hätte ich hier jedes Mal kaputt machen können, weil da kann auch noch Platin drin sein. Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Bevor wir nochmal eine richtige Rüstung sowas herstellen und alles, also nochmal richtig aufrüsten und so, werde ich sowieso nochmal farm gehen müssen an allen möglichen Orten, wo wir schon waren. Ähm... Was mir auch einfällt, was wir machen können, ist mal diese Herausforderung wieder machen. Das können wir schon mal machen. Wir können auch wieder Kochbrot rollen theoretisch, aber ist jetzt nicht so dringend notwendig. Wir müssen auch wieder was verkaufen. Wir haben noch Süßkartoffeln, die wir im Kühlschrank haben, die wir verkaufen können. Und wir können auch noch wieder neue kochen. Das gehört auch wieder dazu, leider zum Spiel. Wir haben gestern auch, glaube ich, auch vergessen, das zu machen. Ich bin mir gerade unsicher. Also gestern im Spiel. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, was die Herausforderung hier ist, aber ich gehe einfach... Ist schon wieder die Hühner? Ist schon wieder nur die Hühner? Na gut, dann gehe ich ja wieder raus. Das hat keinen... Das hat keinen Zweck mit den Hühnern. Also irgendwie kriege ich hier nur noch die Hühner. Schade eigentlich. Das ist irgendwie ein bisschen schade, aber gut. Was wollte ich machen? Ah ja, genau. Ich wollte... Okay, wir müssen mal ganz kurz hier Sachen in unsere Truhe packen. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schlecht an dem Spiel finde. Wenn ich dann mal ein bisschen Kritik üben will. Also ich sage prinzipiell, das Spiel ist supergeil. Also wenn ihr das selbst noch nicht gespielt habt, kann ich euch das wirklich nur sehr ans Herz legen, das Spiel zu spielen. Das ist ein sehr schönes Spiel. Ich mag es sehr gerne. Wie man daran merkt, dass ich schon verdammt viele Parts dieses Spiel aufnehme. Guten Abend, Tatsuki. Aber, das ist eben der Punkt, die Menüführung. In dem Spiel ist halt einfach sehr 3DS-ig. Mit wenig Buttons und so und allem. Ihr versteht schon. Es ist halt schon schwierig mit der Menüführung im Spiel hier. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich habe an dem Spiel. Der Rest dieses Spiels ist meiner Meinung nach perfekt. Es ist ein perfektes Rune Factory. Genau alles, was ich mir von Rune Factory wünsche. Außer das Einzige, was ich noch gerne hätte, wären diese Minispiele wieder. Die ist schon mal bei Frontier, glaube ich. Oder war das... Dieses Ocean, irgendwas mit Ocean. Da gab es so Minispiele auf jeden Fall für Schmieden und so. Die fand ich eigentlich ganz cool damals immer. Aber ich glaube, das würde auch irgendwann sehr nervig werden. Wobei, wenn man das mit den XP... Ja, das ist auch so eine Sache, die ich in dem Spiel nicht mag. Das Leveln dauert extrem lange von Schmieden und sowas in Fertigung. Das ist zu viel. Und zu krass. Das ist auch so eine Sache, die ich kritisieren würde. Aber abseits davon finde ich das Spiel ziemlich perfekt. Ziemlich perfektes Spiel. Ja, so muss es sein. Oh ja. So lieben wir unsere Videospiele. Wenn sie perfekt sind, machen sie besonders Spaß. Da, 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 da. So, die Satsuki hat das jetzt auch noch gar nicht mitbekommen. Weil Satsuki, der Name Satsuki, da fühle ich mich schon so, als würdest du dich freuen, mit der Ankündigung, die ich vorhin gemacht habe. Ich glaube, das ist dann so eine Ankündigung, bei der du dich freuen würdest. Wenn du denn wüsstest, was ich angekündigt habe. Aber, hm, verrate ich dir das? Das ist die große Frage. Ich habe es im letzten Part schon erzählt. Das heißt, die Leute auf YouTube hören das jetzt zum zweiten Mal an. Wenn ich das jetzt nochmal erzähle. Hm. Also, ich habe halt, ich habe halt oft von Leuten gehört, dass ich doch mal ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen soll und ein bisschen mehr in die Richtung japanische Spiele gehen soll. Und deswegen habe ich mir zwei ausgesucht, weil jetzt bald zwei Let's Plays hier zu Ende gehen. Also, Rune Factory geht zu Ende. Nighttime at Centrook wird auch sicherlich bald zu Ende gehen. Deswegen habe ich mir halt zwei neue Japano-Spiele ausgesucht. Eins davon kostet mich vermutlich 1000 Stunden oder so, um das durchzuspielen. Das andere nicht so lange. Aber ein bisschen auch 100 Stunden oder so. Die sind meist nicht so kurz, die Spiele. Das eine ist Tales of Arise. Das habe ich jetzt auch schon mal beim lieben Orbitalkartoffel gesehen. Wurde mir auch schon mal geraten zu, das zu spielen. Hat wohl auch so ein Kampfsystem und so ein Rollenspiel-Kampfsystem. Ein bisschen wie Dragon Age Origins. Wo man so KIs, also KI einstellen kann. Wenn das passiert, mache das und so weiter. Was ich ganz cool finde. So ein taktisches Kampfsystem. Und das andere ist Final Fantasy XIV. Das MMO. Und das ist das, was ich meinte, was 1000 Stunden sind. Da werde ich ganz schön lange sitzen. Aber das wird nicht alles als Video kommen auf YouTube, sondern nur die interessanten Sachen, denke ich. Wobei es natürlich ein bisschen schwierig ist, zu wissen, was ist interessant. Ja, ja, das MMO von Final Fantasy XIV. Mit allen Addons und allen. Wir spielen das komplett durch bis zum Ende. Und wir machen am Ende vielleicht mutig auch die Raids. Ich nehme an, Lich ist ein Server. Ich kann dir nicht sagen, auf welchen Server ich gehe. Das kommt sehr darauf an, wo alle Leute sind, die da spielen. Wie viele Server gibt es denn in Europa? Ah, Crossplay. Okay, das ist cool. Ja, aber ich nehme mal auf, da gibt es dann auch wieder keine Häuser. Weil ich habe gehört, ich habe nämlich den In-Game-Shop gesehen. Weil ich habe mich halt gefragt, spiele ich, fange ich, also ich hatte zwei Projekte im Kopf. Also eigentlich hatte ich nur ein Projekt im Kopf. Ich wollte überlegen, ob ich nur WoW spiele. Aber ich habe in der Mitte mitbekommen, weil ich habe WoW noch nie gespielt so wirklich. Ich habe das mal angefangen früher, aber nie so wirklich gespielt. Also Vanilla habe ich angefangen. Und ich höre immer davon, wie toll WoW doch sein soll als MMO und keine Ahnung was. Und da habe ich mich jetzt ein bisschen erkundigt und habe WoW-Tokens kennengelernt. Und dass das Spiel mittlerweile richtig Pay-to-Win ist. Und ich habe bei Final Fantasy natürlich auch den Online-Shop jetzt angeguckt. Und ich finde, die Preise finde ich schon einigermaßen okay. Also was man so verkaufen kann. Dann habe ich aber gesehen, es gibt auch Housing. Man kann Häuser holen und so. Und die einrichten, wie bei Herr der Ringe Online. Aber ich habe auch dann gehört, dass es keine Grundstücksplätze gibt. Ja, ja. Das ist eben das, was ich gerade sagen wollte. Es gibt keine freien Grundstücksplätze. Es ist eine Lotterie quasi, da einen Grundstücksplatz zu finden. Das müssen die auf jeden Fall fixen, ganz ehrlich. Weil mit Housing haben die mich. Da würde ich sogar Geld ausgeben für. Wenn die coole Möbel haben, diese verkaufen, würde ich die sogar für echtes Geld kaufen. Ich würde auch Reittiere kaufen. Da bin ich auch immer dabei. Was ich halt krass fand, ich habe mich halt ein bisschen umgeguckt und angeschaut und so. Und was ich halt krass finde, ist, dass du Inhalt skippen kannst für Geld. Das fand ich ein bisschen... Ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll. Aber gut, meinetwegen. Ich muss es ja nicht machen. Aber was ich halt sehr krass fand, ich habe dann gesehen Reittiere. Und da stand da irgendwie für eine Person, für einen Charakter, für zwei Charaktere. Und ich dachte, man kauft das dann für mehrere Charaktere. Weil ich kann ja mehr als einen Charakter haben, nehme ich mal an. Und dann dachte ich, ach so, man kann dann einfach sagen, ich möchte den für acht Charaktere freischalten, das Reittier. Und dann habe ich erst darauf geklickt und gemerkt, ach, das ist ein Reittier für acht Leute. Man kann, man kann, man hat dann Reittiere und Spiele, wo man Leute mitnehmen kann. Das ist super cool eigentlich, die Idee. Habe ich noch nie irgendwie in einem MMO gesehen. Aber ich spiele halt auch nicht viele MMOs, deswegen bin ich da vielleicht auch einfach nicht die, die... Der weiß halt letzter Schluss, was MMOs angeht. Das ist ziemlich cool, dass man dann so ein großes Schiff oder so haben kann oder ein Auto und keine Ahnung was. Und dann können Leute mit rein und so. Das finde ich schon ziemlich cool. Das finde ich schon ziemlich cool, die Idee. Das ist schon ziemlich nice. Ja, ich möchte aber nicht, dass ihr mich unterstützen. Also wenn ich das spiele, dann sollte ich die ganze Zeit vor mir rumlaufen und mir Sachen schenken und keine Ahnung was. Ich möchte das Spiel so erleben, wie das jemand erlebt, der einfach nur reinsteigt. Das ist mir schon wichtig. Später ja, wenn ich dann später Max-Level benutze, dann kann man dann Sachen zusammen machen. Aber ich möchte das Spiel schon so gerne so erleben, wie es gedacht ist. So, wir müssen uns nochmal um die Tiere kümmern, oder? An die Tiere haben wir schon gemacht. Wunderbar. Was müssen wir noch tun? Aber das ist eigentlich ganz gut, dass ich so ein paar Themen rede, weil jetzt müssen wir nämlich wieder kochen. Im Ofen. Es ist vielleicht ganz gut, dass ich ab und zu mal über so ein paar Themen rede, wie Sachen, die bald kommen und sowas, wenn ich jetzt hier sowas mache. Weil es ist halt schon nervig. Kochen. Und das meine ich halt mit Menüführung. Es dauert alles so extrem lange. Und dass du nur eine Süßkartoffel pro Slot haben kannst. Und dass du dann ewig lange am Kochen bist. Das ist halt echt ein bisschen... Das ist halt echt ein bisschen... Und jetzt muss ich hier reingehen, alles wieder rüber packen. Man kann nicht sagen, alles den gleichen Typs rüber packen. Ich kann halt maximal x Kartoffeln machen. Und das ist halt was, was ich meine mit der Menüführung im Spiel, die mir nicht so gefällt. Ich weiß nicht, was ich spielen werde. Das kann ich dir auch nicht sagen. Es kann auch sein, dass ich mehrere Klassen spielen werde. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich nicht alles streamen werde, was ich spiele. Ich werde auch nicht alles aufnehmen, was ich spiele. Also ich werde mehr streamen, als ich aufnehme. Und ich werde mehr spielen, als ich streame. Weil ich denke, es wird sehr viele Sachen geben, die langweilig sind. Wie bei jedem MMO. Es wird immer Quests geben, wo es heißt, sammel x davon. Gehe dahin. Spreche mit denen. Lese Texte. Angesichts der Länge des Spiels nehme ich nicht an, dass das alles voll vertonte Zwischensequenz-Sachen sind. 800 Stunden lang. Bester Content. Sondern ich habe das Gefühl, dass ich da relativ richtig liegen werde. Dass es sehr viel Standard-MMO ist. Und dann gibt es halt die Haupt-Story-Sachen. Und die sind halt richtig cool und toll. Und die möchte man gerne auf YouTube sehen. Im Stream werden wir dann natürlich ein bisschen mehr auf Farming machen und Quests und sowas. Und privat werde ich dann jeden Tag mal spielen, wenn ich keinen Bock oder keine Lust oder keine Energie habe zum Streamen. Dann kann ich abends auch mal ein bisschen Final Fantasy spielen für mich alleine. Genau. Und das ist so der Plan. Weil ich lade nicht 800 Stunden Final Fantasy auf YouTube hoch. Wo kommen wir denn da hin? Das guckt sich doch keiner mehr an. Es guckt sich ja schon keiner mehr Breath of the Wild an. Was schade ist. Aber ich glaube, dass Breath of the Wild, dass es da ein paar Leute gibt, die sind einfach 30 Parts hinterher. Weil ich so viele Parts auflade. Jeden Tag ist halt schon viel. Jeden Tag eine halbe Stunde ist schon viel. Und manche Leute haben einfach mal eine Woche keine Zeit. Und dann sind die halt sieben Parts hinterher. Und dann haben die auch nur eine halbe Stunde Zeit am Tag oder so. Und die gucken dann auf zehn andere Kanäle. Und deswegen können die halt nicht alles durchgucken. Die kommen dann irgendwann wieder und gucken dann wieder ab Part 50 weiter. Und irgendwann sind die Aufrufe dann ein bisschen höher von dem Let's Play, denke ich. Hoffe ich, sage ich mal so. Das ist die Hoffnung am Ende des Tages. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie. Ich mache schon eine Stunde Parts bei Final Fantasy dann. Also denke ich zumindest. Und ich kann eigentlich 800 Parts hochladen. Das ist ja. Also ich kann natürlich schon. Aber wie soll ich 800 Titel vergeben für Parts? Wie soll ich auf so viele Namen kommen? Für Part-Namen und so. Also Part-Titel. Never ever schaffe ich das. So viel mit zu überlegen. Upsala. Wird langsam voll der Kühlschrank. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich DD spiele oder was gibt es überhaupt? Gibt es auch nochmal Tanks? Oder gibt es nur DD und Support? Oder kommt ja auch immer aufs MMO an. Es gibt ja auch meistens auch so Mix-Klassen. Gibt es aber Lothro auch. Ich habe nur noch 15 Süßkartoffeln. Oder Jams-Wurzeln. Ich habe alle Jams-Wurzeln verarbeitet. Unfassbar. Hab ich das noch erlebt? Das ist ja famos. Das Schlimmste ist, am nächsten Tag wachsen die Jams-Wurzeln. Da habe ich wieder auf dem Feld. Ich habe dann wieder neue. Wir kommen also niemals mehr hier raus. Wir können eigentlich auch ein neues Feld bauen. Mittlerweile. Na gut, und dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich schon mal ganz schnell Rezeptbrote hole. Für kochen. Ja, ich hätte gerne Rezeptbrot. Drei Stück. Ja, machen wir dann mal drei Kochbrote. Da gibt es so viele Rezepte. Also die meisten Rezepte im Spiel, die es gibt es im Kochen. Deswegen kriegt man auch jetzt immer drei Stück, wenn man eins isst. Curry-Reis. Curry-Houdon. Okay, ich habe alles gelernt, was ich bisher lernen kann. Ich habe mit allen geredet, glaube ich. Ich habe die Bosse besiegt. Und jetzt haben wir immer noch Zeit übrig. Das ist ein bisschen blöd. Flavia hat schon ihren Orangensaft bekommen. Es gibt mehr. Ich habe noch eineские Möglichkeit. Mhm. Hm. Du, jedes MMO zieht sich, Tatsuki. Ich bin das dann schon von Notruo gewohnt. Also, ich denke, das werde ich schon aushalten. Ähm. Ich überlege gerade, was wir noch tun können. Das ist gerade die Preisfrage aller Preisfragen. Ah ne, die sind am nächsten Tag noch nicht fertig. Aber was können wir jetzt noch tun? Schlafen gehen können wir. Das klingt dämlich, aber es ist halt so. Wir haben nichts mehr zu tun. Wir können schlafen gehen. Das schon um 17 Uhr. Das ist ein bisschen früh. Aber gut. Heute ist wieder fest. Und diese... Ich weiß nicht, was mit dieser... Mit diesem... Mit diesem Eisenblatt ist. Warum das Eisenblatt nicht wächst. Vielleicht hätte ich lesen müssen, wie man das Eisenblatt richtig kultiviert, weil das wächst überhaupt gar nicht. Muss ich dem Eisen geben oder so? Muss ich Eisen als Dünger verwenden für das Ding oder so? Keine Ahnung. Da muss ich mal nachschauen irgendwie. Das ist jetzt nicht cool. Das ist eher echt kacke. Das ist jetzt nur das Wasser, die sie mit dem Da, 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 da. Da, 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 da. Boah, wir viel Geld. So. Oh. Hast du schon alles, was du brauchst? Eure Majestät. Hier, bitte nimm dies. Mit den besten Wünschen. Cookie. Danke. Ich wünsche dir das allergrößte Glück mit deinen Geschenken und dem Überreichen derselben. Ihr wisst genau, wer das bekommt. Wir wissen ganz genau, wer das bekommt. Mein Magen. Nein. Flavia natürlich. Ich muss euch was verraten. Ich muss ein Geständnis machen. Das habe ich gestern schon im Stream gemacht, das Geständnis. Wollt ihr wissen, warum ich Flavia date? Weil ich weiß, dass der dritte Akt hier in dem Blumenladen startet. Und damit habe ich jetzt immer einen Grund, jeden Morgen in den Blumenladen zu gehen. Das ist der Grund, warum ich das so mache. Es tut mir leid. Jetzt habe ich es euch verraten. Ich nutze Flavia nur aus. Sie ist nur ein Mittel zum Zweck. Was? Aber war das nicht so? Ich habe irgendwie gehört, das hat die Pappnase mir erzählt, dass man keine Klasse auswählt, sondern dass man alles leveln kann. Quasi sich dann spezialisieren kann. Man wählte also am Anfang quasi keine feste Klasse aus. Also von daher kann man den auch umswitchen. Bist du wach? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Anscheinend hat Pforte von Reisenden wieder einen ganzen Berg davon bekommen. Beliebtheit muss so anstrengend sein. Ich fühle mich so geehrt, dass alle so zufrieden mit meinen Geschenken waren. Guten Morgen, Potato. Es ist so schön, leckere Süßigkeiten als Geschenk zu bekommen. Potato, jeder Tag sollte weißer Tag sein. Hey Leute, was meint ihr, wer am meisten bekommen wird? Mama, keine Zweifel. Nicht Lumi? Na, wenn wir schon raten. Dann nur innerhalb unserer Gruppe. Von uns bestimmt Pforte. Wie? Oh, du hast ja heimliche Fans, Pforte. Nein, überhaupt nicht. Meine Lady wird am meisten bekommen. Daran hege ich keinen Zweifel. Vielleicht. Aber jede anhängliche Klette, die ihr zu nahe schlittert, bekommt eine Katsche von mir. Prima, dafür abreichst du dir ja selbst eine jede Menge Klatschen. Hm, Gretchen könnte viele bekommen. Ich? Oh nein, das wird zweifelig. Auf wen tippst du, Potato? Flavia! Hm? Ich? Oh, ist das nicht nett? Flavia. Äh, eh, Hattie. Danke, Potato. Hier, Moment. Du kriegst direkt von mir einen. Morgen! Ah, Cookie! Aus welchen anders denn? Hm? Weil weißer Tag ist. Oh, jetzt verstehe ich das. Hm, danke. Oh, Saft. Kann ich welchen haben? Danke, der sieht richtig dicker aus. Oh, Moment. Richtig, wie viel Müll du dir gegeben hast. Ja, ist handgemacht. Lass uns heute hart arbeiten, ja? Äh, äh, ja. Ich habe gehört, dass heute Mädchen von Jungs etwas geschenkt bekommen. Ob ich wohl etwas bekomme? Guten Morgen, Potato. Oh, guten Morgen. All die Reisen unterzubringen, war so anstrengend wie jedes Jahr. Immer wollen sie, dass ich Gretchen Sachen von ihnen bringe. Also wirklich, warum können sie das denn nicht selbst machen? So eine schöne Herbstbrise. Du warst es, die die Nachricht an die Ladenmauer gemalt hat, oder etwa nicht? Oh, ich weiß ja nicht, wovon du redest, meine Lady. Pico, weißt du noch, als Mama und Papa noch am Leben waren und wir immer herumgeschrätzt haben? Du hast immer so getan, als ob du nicht wüsstest, worum es ging, wenn sie uns geschimpft haben. Genauso wie jetzt. Ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich wüsste, was du meinst. Oh, Potato, halloa. Ähm, ist das eine Begrüßung? Lady Ventus will... Oh, das tut mir leid. Äh, du musst wohl am traurigsten sein, aber... Ich muss ständig darüber nachdenken, dass wir etwas vergessen, ja? Mama sieht auch traurig aus. Okay, das haben wir schon gehört. Dann haben wir hier alles. Hm, hm, hm. Ah, okay. Also ist es so, wie ich gerade eben gesagt habe. Das ist doch gut. Da muss ich halt gucken. Es wird sich dann entscheiden, was ich nehme. Was mir am besten gefällt vom Spielen, nämlich an. So. Guten Morgen, Kiel. Guten Morgen. Die Drachengöttchen des Windes herrscht über die Ewigkeit. Ihre Macht befriedet das Land. Und deswegen hat Lady Ventus will ihr eigenes Schicksal vielleicht schon gekannt. Äh, aber... Nein, tut mir leid. Vergiss, was ich gesagt habe. La, 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 la... Was für ein berührendes Wetter. Hier. Das ist deine Portion, Prinz. Oh. Noch ein Cookie. Kann ich dir nochmal Flavia geben? Guten Morgen. Guten Morgen. Hier. Ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit dafür, dass du mich immer so gut unterhältst. Hm. Potato. Hi, Arthur. Guten Morgen. Was kann ich für dich tun? Oh. Oh ja, Potato. Das ist für dich. Das hat nichts mit meinem Geschäft zu tun, also kannst du es gerne annehmen. Oh, danke. Nichts verraten, Satsuki. Ich will nichts vom dritten Akt wissen. Ich weiß nur, wie man startet. Einen super guten Morgen. Guten Morgen. Potato. Ich habe überall nach dir gesucht. Ja. Gestern habe ich für dich mein Herz und meine Seele in diesen Cookie gesteckt. Es ist nicht irgendein Cookie. Es ist ein sehr besonderer Cookie. Ich nenne ihn stürmische Liebe. Ich gebe dir gleich alle Flavia, ne? Da hat die am Ende die meisten Cookies von allen. Guten Morgen, wie bist du? Ah, du bist es nur... Morgen. Bardo müsste bei Zeit meine Anken reparieren. Hat er nicht gesagt, er bräuchte etwas Eisen dafür? Hm. Hi, Potato. Wie geht es dir heute? Hi, Bardo. Oh, hey, Potato. Du kommst genau richtig. Hier. Das sind die Reste von meinem Übungsblech. La, 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 la. Die Flavia wird so viele Cookies bekommen. Ich hoffe, man kann dir mehr als einen geben. Guten Morgen, Potato. Guten Morgen. Ich denke, ich habe genug. Ich habe Lady Ventusville aufgegeben. Aber Jones, er ist noch nicht bereit aufzugeben. Noch nicht. Noch nicht. Hey. Hallo. Hier, Potato. Der ist für dich. Ich hatte ein paar übrig. Einen Mann sowas zu schenken bringt ja nichts, aber ich will auch nichts verkommen lassen. Guten Morgen. Okay. Ich glaube, ich habe am Ende irgendwie... Ich frage mich halt... Danke. Was ich mag. Obst schmeckt ziemlich lecker. Okay, das bringt nichts mehr, wenn ich ihr das gebe. Also behalte ich das lieber. Es gab jetzt nicht nochmal den Prompt von wegen, für was ist das? Und das ich dann sagen kann, für den Tag jetzt heute. Deswegen nehme ich an, dass das... ...keinen Effekt mehr hat, wenn ich ihr das gebe. Oh, der Part ist schon wieder fast vorbei. Es geht manchmal so schnell vorüber, das ist schon krass bei dem Spiel. Wir müssen sowieso mehr mit den Leuten reden. Wir haben so viel verpasst, weil wir nicht mit den Leuten geredet haben. Aber das ist halt mein Problem mit den Spielen wie Harvest Moon and Rune Factory und Stardew Valley und so. Ich komme immer in diesen Trott rein, dass ich nur noch Sachen mache wie Story und Kämpfen und keine Ahnung was und Farmen und... Und wenn ich in diesen Trott drin bin, dann vergesse ich immer mit den Leuten zu reden. Und dann verpasse ich super viel. Aber hey, das können wir jetzt alles nachholen. Ich habe gehört, dass meine Spechle-Dichten würde das mit Act 3 nicht ganz so schlimm sein sollen, wie es in der Originalversion noch war. Ich habe nicht immer nur gelesen, wie schwer das sein soll, den Act 3 zu kriegen. Aber es scheint wohl jetzt irgendwie, haben die das wohl überarbeitet in der Special Edition. Aber ich bin mir nicht sicher, weil ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, weil da meinte jemand... Ich habe gerade in der Normale Forum geguckt und sowas, weil ich gucken wollte, ob ich das erst cheaten kann irgendwie. Ob ich Cheat Engine nutzen kann oder so, um den dritten Act zu starten. Ja, ich wollte cheaten. Ich hätte euch das auch gesagt. Keine Sorge. Also wenn ich sowas machen würde, würde ich euch das auch sagen, dass wir das so machen, damit das Let's Play vorangeht. Wisst ihr? Ja, der ist kein krasses Cheaten oder so. Aber ich habe dann halt einen Thread gefunden im Forum, da hieß es irgendwie, da ging es um die Special Edition mit Act 3 und da hieß es irgendwie, dass das ein paar Tage dauert. Und da war ich ganz verwirrt. Von wegen, die drei Sachen da in der Mitte, wo man sich an Bendy erinnert und dann ein paar Tage warten und dann geht es los, hieß es. Also deswegen glaube ich, dass das in der Special Edition vielleicht ein bisschen verändert wurde. Was ja ehrlich gesagt auch besser wäre, wenn es so wäre, ne? Wenn man jetzt irgendwie ein ganzes Spieljahr warten muss, bis der dritte Act startet, ist es auch ein bisschen blöd. Ja, ja, der Golem schüttet auch nochmal. Ja, ja, der Golem schüttet auch nochmal. So, die Golem-Tafel ist unser. Hier haben wir schon 700.000 bald. Krank. Wir sind richtig reich, aber jetzt müssen wir mal die ganzen Kartoffeln wieder gleich aus unserem Kühlschrank holen und die rüberbringen zur Versandkiste. Ja, ja, der Golem. Wir haben bald wieder neue Jams-Wurzeln, also wir werden bald wieder kochen dürfen. So. Ich hoffe einfach, dass das mit Act 3 nicht so lange dauert. Weißt du, was ich gerade überlege? Warum mache ich das nicht die ganze Zeit schon so? Dann sparst du mir den ganzen Weg. Ich finde das gerade lustig, wie ich einfach mal ein Kühlschrank nach draußen schleppe. Man kann sogar die Verkaufsbox aufnehmen. Kann ich den auch drin hinstellen? Ich finde das gerade mega lustig, dass ich den einfach mitnehme. So, dann schauen wir mal. Es kann alles noch ein bisschen dauern mit den Spielen, wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Es kann sich auch noch ein paar Wochen handeln, bis ich dann die Spiele spiele. Aber nur damit man schon mal weiß, was ich so ins Auge gefasst habe. Was ich auch ins Auge gefasst habe, ist EverOasis. Das werde ich auch spielen. Aber das kommt halt irgendwann als kleines Projekt nebenher. Das ist so 20 Stunden das Spiel. Das kann man also mal nebenher erledigen. Ich trage meinen Kühlschrank auch jeden Tag in den Garten. Das ist mein Sportausgleich. Ja, irgendwie muss man ja ein bisschen trainieren. Du musst ja fit bleiben. Es sieht einfach so lustig aus, wie ich diesen Kühlschrank jetzt einfach trage. So, Kühlschrank kannst du wieder zurück an deinen Platz. Bup, fertig. So, der Kühlschrank, das haben wir alles erledigt. Äh, wir haben sehr, 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 sehr viel Geld dann bald. Okay, hier stehen jetzt alle. Bis zum Beispiel ich gerade überlege. Jetzt habe ich aber glaube ich kaum noch was hier drin, oder? Kaum was ist gut. Wir haben gar nichts hier drin. Also ein bisschen was, aber... Ich finde gerade, ob ich dann Orangensaft einfach verkaufe, oder einfach hier, einfach die Sachen, weil ich die eh nie essen werde. Bei der Orangensaft bringt nicht so viel. Hmm... Packen wir die alle mal da rein. Da haben wir aber wirklich ein gutes Angebot hier, ne? Das ist richtig abwechslungsreich, was wir hier verkaufen. Aber wenn da so viele stehen. Also wie noch, die wird sich geschenkt. Ich habe welche an Herrn Wolkan und Chlorica verschickt. Äh, ich habe meiner Schwester was geschenkt. Ich habe Porco einzukommen lassen, auch wenn ich sie gemacht habe. Und ich weiß, deine Bemühungen zu schätzen. Danke. Hm, um ehrlich zu sein, weiß ich noch gar nicht, wann wen ich welche verschenke. Hm, das ist ja langweilig. Und du, Potato, verschenkst du welche? Ja. Oh, und an wen? Wer ist die Glückliche? Das vor allen Grund zu tun, dürfte nicht so einfach sein, Duck. Mir kannst du es aber sagen. Ich nehme alle Geheimnisse mit ins Grab. Das ist nicht fair, Arthur. Ich möchte es auch wissen. Ja, es ist nicht fair, es geheim zu halten, Potato. Du solltest es uns allen sagen. Hey, willkommen. Ja, danke für die Verkaufung. Hallo. Hallo, willkommen. Boah. Vielen Dank. Wir machen heute richtig viel Geld. Der Paar ist eigentlich seit vier Minuten vorbei. Wir machen gerade so viel Geld. Hallo, willkommen. Boah, wir machen einen neuen Verkaufsrekord, aber sowas von. Omi, komm auch noch her. Kriegst du auch ein Angebot, Omi. 13 Gold. Ich habe auch billige Sachen dabei. Für alle, was dabei. Für den kleinen und großen Geldbeutel. Bei Potato findest du alles. Esst noch mal das Eis. Ich glaube, das war's. Kann man jetzt hier den Verkaufsrekord sehen? Ja. 8.142. Okay. So, meine lieben Freunde. Das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Dann haltet die Ohrenschlafwand immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Head verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.